Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für heiß servierte, asiatische Chilisauce. Im Gegensatz zur im Koch-Wiki schon vorhandenen Chilisauce wird diese hier anders hergestellt und heiß serviert. Sie eignet sich hervorragend zu gegrilltem oder frittiertem Fisch, knusprig und ist allerdings deutlich schärfer als die weitere, hier veröffentlichte. Bei den Zutaten findet man auch fertige, handelsübliche Chilisauce, Fertigprodukt, erhältlich im Asialaden. Diese ungewöhnliche Zutat hilft ein bisschen tricky, die Chilisauce sämiger, zähflüssiger zu texturieren. Wenn man das weglässt, wird die Soße richtig dünnflüssig. Wer es mögt, ok. Wer die Chilisauce sämig bevorzugt, so wie sie in Thai-Restaurants serviert wird, nimmt das Fertigprodukt hinzu. Für 6 bis 8 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 10 rote Chilischoten 4 bis 6 Knoblauchzehen optional 1 Teelöffel körniges Salz 10 Esslöffel Reisessig klar, farblos 10 Esslöffel Wasser 10 Esslöffel Zucker 4 bis 6 Esslöffel fertige Chilisauce oder ein Fertigprodukt aus dem Handel 2 bis 3 Limetten 1 bis 2 Esslöffel Sesamöl 2 Rote Peperoni 3 Paarblätter Thai-Basilikum Folgende Utensilien werden benötigt. Messer Schneidebrett Topf Brett Küchenbeil Schüsseln Zur Zwischenlagerung Schneebesen Saftpresse Zubereitung Wie in der Teigküche üblich, nimmt die Vorbereitung des Rezepts den größten Zeitrahmen ein. Zunächst die Chilischoten der Länge nach aufschneiden und entkernen. Dazu entweder Handschuhe anziehen oder die Finger aber auch gar keine Fall auf die Schleimhäute, Chili brennt wie Feuer. Die Kerne und Reste wegwerfen. Die Chilis bisschen klein schneiden, in einen Mörser geben, dazu einen Teelöffel körniges Salz. Alles klein stampfen, bis es eine richtige, feuerrote Masse ist. Dann die Knoblauchzehen pellen und mit einem Küchenbeil klein hacken, in einer weiteren Schüssel lagern. Wir haben nun folgenden Zustand. Erste, Chilis fertig gestampft. Zweite, Knoblauch klein gehackt. Einen Topf auf den Herd und mittlere Hitze einschalten. 10 Esslöffel Reisessig, 10 Esslöffel Wasser und 10 Esslöffel Zucker erhitzen und vorsichtig, nicht übertreiben, auf Kochtemperatur bringen, währenddessen ordentlich umrühren, bis sich der Zucker ganz aufgelöst hat. Hierfür am besten einen Schneebesen verwenden. Währenddessen eine schwere, gusseiserne Pfanne auf Wärme bringen, nicht übertreiben, einen Esslöffel Öl hereingeben und den Knoblauch langsam und sanft, Vorsicht, nicht zu viel Hitze und auch nicht zu viel Öl, beides sparsam, hellbraun dünsten, Herd ausschalten und Pfanne vom Herd nehmen. Etwas abkühlen lassen, die Limetten hälften und auspressen. Den Saft beiseite stellen, wenn das Esserwasser-Zuckergemisch gerade aufkocht, Temperatur zügeln, Topf nicht unbeaufsichtigt lassen, sonst verdampft versehentlich die ganze Flüssigkeit. Nun die zerstampften Chilis unter den leicht kochenden Sirup unterrühren und so dann den gebräunten Knoblauch unterrühren, hier rächt sich, wenn wie oben angedeutet zu viel Öl verwendet wurde. Das Ganze vernünftig umrühren. Fast fertig. Zum Abschluss noch die fertige, handelshübliche Chilisauce unterrühren und das Sesammüll. Die Peperoni der Länge nach aufschneiden und entkernen. Die Peperoni längs in schmale Streifen schneiden und einfach in die Chilisauce geben. Das Ganze noch einmal 2-3 Minuten vorsichtige Hitze köcheln lassen, am besten mit geschlossenem Deckel. Ganz zum Schluss, grande finale, den ausgepressten Limettensaft hinzugeben. Dieser sollte nicht mehr lange mitkutschen, damit die angenehme Fruchtsäure nicht verkocht. Also möglichst gleich vom Herd nehmen. Fertig. Zum Anrichten am besten ein Soßenbehältnis mit Rechow, Hitze von unten, verwenden und die Soße heiß am Tisch servieren. Kurz vorher noch die Basilikumblätter einstreuen. Jede Hartgesottene macht sich nach Geschmackssauce auf den Fisch. Viel Spaß! Als Beilagen eignen sich Reis Diese Varianten gibt es. Weitere leckere Rezepte rund um eine Chilisauce. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!